Willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie! Wir sind hier in der komischen Höhle und jetzt können wir da raus und... Wir können NetNut besuchen gehen. Wie wär das? NetNut besuchen? Das wär doch ne tolle Idee! Also machen wir das auch. Ich hoffe mal in diesem Part werden wir dieses Level abschließen. Oh, stirbt! Okay, sum 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 sum. Okay, hier gibt es nichts zu tun. Also ich hoffe mal... Wir werden dieses Level abschließen. Im heutigen Part... Ich hätte es keine nervigen Fühlen mehr. Ich liebe den Winter dafür. Ich hoffe, ich habe keine Noten jetzt verpasst. Okay, gib mir den Putzeteil, dass ich... ... jetzt haben will, haben wollte, haben... Ja, komm! Waaah, fliegt davon mit deinen kleinen Flügeln! Mein Gott, das wird so fetter, kann doch so nicht fliegen. Waa, 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 ja komm! Scheiße ist raus! Das... ... als ob in den... ... in den... ... in den Raupen irgendwie, äh... ... in den Raupen irgendwie so ein Puzzleteiliger sein war. So aufgeteilt und... ... der hat es dann irgendwie zu fusionieren in seinem Bauch und... ... die Welt ist dann froh. Da unten hat es noch Noten. Ich muss die holen. Da bei dem Schneemann. Ich hoffe mal, der... ... kappt mich nicht... ... der werft mich nicht irgendwie runter. So. Ja, danke, dass du mich nicht angreifst. Echt nett von dir. Du hast mir gar geholfen, den Grundi zu besiegen. Deine Herren, deine Meisterin. Ja. So. Wenn wir das gemacht... ... können wir hier hoch... ... und hier ist jetzt alles voll gebaut. Echt cool. Dann müssten wir nicht so Angst haben, hier runter zu fallen. So. Ach, geschafft. Ich habe immer Angst, dass ich hier runterfalle. Obwohl das eigentlich... ... einfach ist. Hm, hallo. Ja, das glaub ich nichts Neues. Nee. Keine Noten, nichts. Okay, ich geh hier raus. Hier könnte man eigentlich gut, äh... Energie aufladen. towelbrillt... ... ffff. Wann kann ich hier runter? Död означ, da ね... ... ich komme... Wie viele... Nee, Statistik wollte ich. Kann ich schauen... Ach, grazielle teile... ...eines sind noch... ... ob... ... ja. Wir haben dann schon ziemlich... ... 92 Noten. Okay, die letzten vier müssen irgendwo sein. Irgendwo oben. Auf der Brücke oder so. Ich muss ein Arsch, aber weißt du jetzt... Okay, ich kann auch so hoch. Also kein Problem. Wir können gleich... Ach nee, da ist ja gar nicht Mombo. Mombo ist auf der anderen Seite. Ich wollte Mombo besuchen gehen. Oh mein Gott, wo ist Mombo? Wir haben jetzt drei... Okay, wir haben genug Zeit, um hier das abzuschließen, glaube ich mal. Es wäre toll, wenn hier irgendwo Noten wären. Hier ist nur noch eine Flugplatte. Ich glaube da unten... Ja, das ist ein Jinju. Den müssen wir noch holen. Und das ist, glaube ich, der letzte. Nee? Okay, ah ja. In der... Ah ja, ich muss eh noch in den Frühling zurück. Da ist der nicht still, der letzte. Okay, wo ist... Mombo ist Urlaub. Ist im Urlaub. Ja, das glaube ich nicht. Okay, Mombo ist im Urlaub. Okay, kein Problem. Schön, dass uns ein bisschen Energie da gelassen hat, wenn schon. Wir brauchen Noten, denn wir wollen Noten haben. Vielleicht sind hier die Letzten. Nee, hier war ich ja schon. Okay, ich glaube da unten sind die Letzten im Haus von... Ein Haus von Gwonti. Gnauti. 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 Ei. Der Part wird so cool. Ich glaube es nicht. Vielleicht sind im Minenstock welche. Warum nur noch... Okay, hier drüben hat es vielleicht. Ja, da sind die Letzten. Vier sind das immer. So. Waaah. Nee, lass mich nicht... Oh mein Gott. So, nun haben wir die vier Noten, dann verlieren wir noch vier. Ich glaube die sind eben wie ein Stock. Wieder. Oder bei Gwonti zu Hause. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Okay, dann halt nicht. Nicht so schlimm, wir können ja... Okay, ich mach das jetzt. Ich schaffe das. Wir können hier zu Gwonti runter. Ich schaffe das. Ich bin gut. Ich schaffe es. Komm schon. Ja, ich weiß, dass das zweimal so braucht. Das ist genauso wie in... Ähm... Dings. Wie bei... Äh... Rusty Bucket Bay. Und das erinnert mich an das und ich hasse es. Okay, hier oben hat es die letzte Blähruhe und ich war aber cool. Ups. Was war... Warum? Ups. Okay. Ähm... Ich treffe euch, glaube ich, da, wo die letzten Noten sind. Ich muss die zuerst suchen gehen. Also, bis gleich. Ich schneide das dann zusammen. Okay, Leute. Ich bin hier zurück. Äh... Bei dem komischen Haus. Hier kann man hoch. Wenn ich es dann auch schaffe. Komm schon. Dann muss ich da hochfliegen. Oh, komm. Da oben sind die letzten Noten. Oh, komm. So. Eins, zwei, drei, vier. Okay, ähm... Somit treffe ich euch dann wieder im Früh... Frühling, genau. Im Frühling. Ähm... Ja, um den letzten Jinjo und das letzte Konzerte zu holen. Also. Bis gleich. Man, zurück zu... Let's play... Banjo... Kazooie! Wir sind eine Biene und wir gehen jetzt zum Bienestock. Oh, mein Gott. Weil in diesem Bienestock... Da... hat es... einen letzten Jinjo. Wow. Okay. Da kommen wir, glaube ich, als Banjo nicht rein. Hallo, Biene. Ich bin auch eine Biene. Eine fette Decke Biene. Okay, wo bist du? Oh, komm. Der letzte Jinjo und somit das letzte... Ne, das vorletzte Puzzeteil. Das vorverletzte im ganzen Spiel und das vorletzte in diesem Level. Können wir hier raus? Wie der so springt, er so... Oh, oh, ich springe! Okay, können wir hier raus. Oh mein Gott, ey. Voll pervers hier. Dann können wir hier hochfliegen. Ganz weit oben, hoch. Oh mein Gott, ich... Aber warum habe ich hier einen neuen Part angesagt, wodurch das eigentlich nur ein Ausschnitt von einem neuen Part ist? Also von dem alten Part, also... Oh mein Gott, ich habe tritt von Kacke, Kacke erzielt. Hier sollte irgendwo eine Fleischflüsse... Fleischflüsse in der Pflanze ist ein... Wenn die Fleischflüsse in der Pflanze... Da sollte ein... Ein Puzzleteil sein... Ich mach mal ein bisschen hier... Kehrtwende. Ja, wo ist die? Okay, ich mach mal hier eine kleine Zwischenstopp. Und hier, die sollte hier irgendwo sein. Da drüben, ja genau. Das letzte Puzzleteil in dieser Welt. Und als Biene... Machen die einen nichts. Und wir haben das Level durch. Cool. Ich treff... Nee, hier ist ja gleich der Ausgang, also... Jetzt können wir das aller, allerletzte Puzzleteil in diesem Spiel holen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, ey. Ich hätte nie gedacht, dass ich das in diesem Part noch mache. Oh mein Gott. So. Wir müssen in Biene bleiben, weil wir Biene... Biene ist cool. Oh mein Gott. Wow. Habe ich alles? Jupp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin immer noch so aufgeregt. Das letzte Puzzleteil, ey. Wir haben die... Wir haben das Spiel so sozusagen abgeschlossen. Oh mein Gott. Da ist es. Oh! Da ist es. Da, 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 da. Hä? Mir fehlt noch eines. Habe ich schon wieder Scheiße erzählt? Okay. Irgendwo fehlt mir eines. Nur neun. Ich habe, glaube ich, irgendwo eines vergessen. Na ja, ich werde das schon finden. Ich schneide. Ich mache hier einen Part fertig. Und ich treffe euch dann beim letzten Puzzleteil. Beim wirklich letzten. Oh mein Gott. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist, das war's.